Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speed Build und heute haben wir halt ein bestimmtes Budget, wie ihr unten links sehen könnt. Das liegt daran, dass es ein Haus von meiner Legacy Challenge ist, die ich neu angefangen habe und das Haus, was ich halt vorher gebaut hatte, wurde ein bisschen zu klein und ich dachte so, eigentlich könnte man daraus ja ein Speed Build machen. Und ich war so, ja okay, let's go und da sind wir auf jeden Fall jetzt dabei. Ich kann euch ja ein bisschen was zu meiner Legacy Challenge sagen. Ich hatte ja schon mal eine angefangen, ich weiß nicht, ob ich das je hier angesprochen hatte, ehrlich gesagt, aber ich hatte eine angefangen auf jeden Fall und ich war bei Generation 4 oder so und ich hatte jetzt halt Ewigkeiten nicht gespielt und ich wollte halt letztens dann nochmal mal wieder spielen so und mein Spielstand war einfach broken. Also ich konnte wirklich gar nichts mehr machen, ohne dass es einfach, es ist nicht abgestürzt, aber es ist einfach nichts mehr passiert und ich so, ja okay, alles klar, das ist glaube ich nicht so, wie es sein soll. Und das war es definitiv nicht. Das war ein bisschen kritisch, okay. Und deswegen dachte ich so, ja okay, aber ich habe Lust auf eine Legacy Challenge. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich fange eine neue an und da ich sowieso 24-7 nur Screenshots mache von allem, was irgendwie passiert und süß ist und toll und, ne, dachte ich so, ich habe ja einen Sims-Account auf Twitter. Den könnt ihr übrigens folgen, da heiße ich nämlich Muli-Sims. Das werde ich auch, also meine ganzen Social-Media-Sachen sind ja in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und ich habe einen Thread gestartet und postete halt, was gerade so abgeht in der Familie und bla bla bla. Und, ja, genau. Und ich hatte halt mir mal gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal was mache, was ich nicht so oft mache. Und da habe ich quasi gestartet mit einem Mann, weil normalerweise, wenn ich halt einen neuen Spielstand starte, starte ich meistens mit einer Frau. Und man sieht es ja auch an meinen Greatest Sim-Videos, ich erstelle eigentlich fast nur Frauen. Deswegen denkt man sich so, ja okay. Aber ich dachte so, hm, vielleicht könnte ich auch einfach mal einen guten Boy erstellen und irgendwas machen, was halt einfach, was ich nicht so machen würde oder noch nicht gemacht habe. Und, ja, ich kann dir schon mal sagen, es ist der gute Jillian Pepper geworden. Wenn ihr wissen wollt, wie er aussieht, müsst ihr auf meinen Twitter-Konten gehen, sorry. Ich werde das hier nicht einblenden. Dafür ist es so interessant, dieses Speed-Bild. Ist es wahrscheinlich nicht, aber, you know. Oh, manchmal passieren Dinge. Jedenfalls heißt er Jillian Pepper und er ist ein Wissenschaftler. Ja, ich habe ihn halt erstellt mit dem Story-Modus-Tool, aber er hatte halt keinen Job. Und ich so, ja okay, dann könnte man ihn ja als Wissenschaftler machen. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ja. Und dann sein Charter-Home war eigentlich ganz süß sogar. Also, ich war ganz zufrieden dafür, dass es halt so ein kleines Haus ist und klar. Ähm, ja. Und dann habe ich halt erst mal zuallererst in der Stadt halt richtig viele so Gebäude und so platziert. Weil, naja, neuer Spielstand ist natürlich alles leer und so weiter. Und dann habe ich so Sachen wie Starbucks und so weiter platziert, weil, keine Ahnung, ist das cool. Und, ähm, ja. Und dann, ja, da sind so Dinge passiert wie, oh, Vladislav steht vor meiner Tür und möchte mich beißen. Ich gehe mir so, girl, ich muss am nächsten Tag arbeiten. Was willst du eigentlich von mir? Das sind Dinge, wo man sich jedes Mal neu hasst. Also, beziehungsweise man hasst sich nicht selber, sondern man hasst Vladislav's. Sorry, das wollte ich nicht. Jedenfalls hat er dann nach ein paar Tagen die Nina Caliente kennengelernt. Und, naja, die haben sich halt direkt gut verstanden und waren erst mal Freunde und so. Ähm, aber er hat halt mehr empfunden für sie. Das ist meine Storyline. Und ich habe Nina übrigens ein Makeover gegeben. gehabt. Ähm, deswegen wundert euch nicht, warum sie anders aussieht, wenn ihr euch den Fred anguckt. Ähm, ja. Und am Liebestag hat er dann Nina seine Liebe gestanden und hat ihr eine Rose geschenkt. Und, ja, sie hat halt nicht direkt angenommen. Also, sie fand es okay, aber, ja, es war halt jetzt dann noch nicht so krass official erst mal. Ähm, das ist erst ein paar Tage später gekommen. Aber das habe ich jetzt so direkt nicht in Fred mit eingebunden. Aber, ja. Und, äh, er wurde erst mal entfühlt von Aliens. Wissenschaftler. Das ist halt, ich meine, die Chance ist ja reduziert worden vor einiger Zeit und, ähm, ist doch eigentlich gut. Aber trotzdem denke ich mir so, okay, why did this happen to me? Ähm, ja. Ja, und dann war auch schon fast Halloween, weil irgendwie ist halt nicht so viel passiert in der Zeit, dass man sagen würde, ja, okay. Weil ich meine, es war ja gerade Love Day und dann ist schon wieder Halloween, wo man sich so denkt, okay. Okay, äh, den ganzen Sommer ist halt nicht so viel passiert, dass man sagen würde, okay, äh, das muss ich jetzt irgendwie teilnehmen. Teilnehmen? Bin ich dumm? Ich kann aber nicht reden. Äh, jedenfalls war dann Halloween und er hat eine Party geschmissen mit all seinen Freunden, weil seine besten Freunde sind Caleb und Lilith Vator tatsächlich. Ähm, 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 hier, Bob Pancakes. Mit denen versteht er sich richtig gut. Das sind so seine besten Freunde. Und, ja. Und kurze Zeit darauf war das Romantik Festival. Und er war halt der Meinung, da könnte er zusammen mit Nina hingehen. Und dann hat er ihr dort einen Heiratsantrag gemacht, als sie sich ein bisschen abseits hingestellt haben. Und sie hat möglicherweise Ja gesagt. Und das ist sehr, sehr schön. Und, ja, und es war sehr, sehr süß. Weil sie dann einen sehr schönen Tag miteinander verbracht haben. Und das war einfach der perfekte Abschluss dafür. Und, ja. Dann kurz darauf wurde er befördert zu Level 9 in der Wissenschaftlerkarriere. Das heißt, er war schon sehr, 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 sehr weit. Und er hat sich dann gedacht, okay, das Haus ist vielleicht ein bisschen klein. Und vor allem jetzt, wo ich verlobt bin, könnte man ja vielleicht sagen, man könnte ein größeres Haus gebrauchen. Zumal er auch ein paar Pflanzen hatte. Und somit hat er sich dann ja ein, 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 ein Gewächshaus gebaut. Und, ja, das Haus ist einfach allgemein ein bisschen größer geworden. Und, ja, und, ja, dann ist er nochmal entführt worden. Kurz darauf. Und er hat sich komisch gefühlt. Und letztendlich hat man dann gemerkt, hm, sein Bauch wächst. Er ist schwanger von den Aliens. Was ich mir natürlich nicht gewünscht hatte. Er wurde sehr, sehr oft entführt. Und es war einfach nicht mal unwahrscheinlich, dass es jetzt irgendwann dazu kommen wird, dass er schwanger zurückkommt. Es ist zwar ein bisschen doof, aber man kann es leider nichts nicht ändern. Und er hat es dann am nächsten Tag direkt Nina erzählt. Und er hat dann Nina gefragt, ob sie bei ihm einziehen möchte. Denn er fühlt sich ein wenig unsicher. Und er würde gerne ein bisschen Support haben. Weil er würde trotzdem gerne weiter normal arbeiten gehen. Damit die Kollegen einfach nicht so Verdacht schöpfen, was passiert hätte können. Oder was halt passiert ist. Und das wollte ich sagen. Und Nina war natürlich direkt dabei. Und ist dann halt auch eingezogen. Weil, ja, sie nimmt ja jetzt nicht viel Platz weg oder so. Und sie hat sich auch relativ schnell eingelebt. Und hat sich dann um das Alien-Baby erstmal auch gekümmert. Wenn er halt arbeiten war. Sie hat nebenbei auch einen Job dann angenommen als Babysitterin. Weil sie einfach auch was dafür tun wollte, ein bisschen Geld ranzuschaffen. Und außerdem wollte sie nicht mehr arbeitslos sein. Weil sie ja normalerweise keinen Job hat. Und sie war halt so und meinte dann so. Sie ist vielleicht ein fauler Sim von ihren Traits her. Aber sie wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und dadurch, dass sie jetzt halt quasi mit einem Kind großzieht. Auch wenn sie jetzt nicht ihr leibliches Kind ist. Wäre es vielleicht gar nicht gut, Babysitter zu werden. Und dort auch noch weiter zu lernen. Wie es ist, Erziehung zu lernen und so weiter. Jedenfalls, kurz darauf wurde dann Jaden geboren. Das ist das Alien-Kind. Und ja, ein paar Tage darauf wurde er natürlich dann auch schon zum Kleinkind. Also die Zeit dazwischen ist nichts Spannendes passiert so. Was ich halt teilen wollte. Sondern sie haben einfach mal die Zeit ein bisschen gemeinsam genossen. Und ja. Und Jaden ist ein sehr, sehr süßes Kind. Und sie haben ihm halt Kontaktlinsen gegeben. Weil er halt einfach aussah wie ein Alien. Und sie wollten halt nicht, dass sie anderen, also Freunde und Leute später in der Schule und so weiter. Da wollten sie halt einfach nicht, dass sie direkt sehen, dass er anders ist. Und deswegen haben sie einfach gesagt, sie geben ihm Kontaktlinsen, damit er mehr aussieht wie ein normales Kind. Weil sie behandeln ihn halt auch einfach als normales Kind. Weil auch wenn es jetzt durch unnatürliche Umstände passiert ist, ist es ja sein Kind so. Und er liebt es natürlich trotzdem so komplett einfach. Und Nina auch, obwohl es halt nicht das leibliche Kind ist. Aber sie hat es halt direkt als Pflegekind adoptiert. Und er kommt auch super mit den beiden Eltern quasi klar. Und es ist halt sehr, sehr schön. Und er ist einfach ein super, super, super Cutie. Und ja. Jedenfalls, kurz darauf war dann auch der Hochzeitstag von Nina und Jillian. Und das war so schön. Ich habe so schöne Screenshots machen können. Weil ich habe einen Park platziert gehabt. Und ja, da haben sie dann halt geheiratet. Und der Park ist richtig schön. Und ja, also der Park steht jetzt in Newcrest. Und sie hatte ein richtig, richtig schönes Kleid an. Und eine richtig schöne Frisur. Und allgemein sah sie einfach an dem Tag wunder, wunderschön aus. Und ja, ich hätte halt in letzter Zeit mehrere Hochzeitskleider runtergeladen. Und das fand ich, passte perfekt zu ihr. Und ja, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dass sie das tragen konnte. Und sie sieht einfach wunderschön aus. Und auch Jaden war sehr happy, dabei zu sein bei der Hochzeit. Und ja. Und dann habe ich ein paar, also ein Bild gepostet, wo Nina einfach Spaß mit Jaden hatte. Um zu zeigen, dass die sich halt auch wirklich gut verstehen. Und ja, dass das jetzt einfach ein Thing ist. Und kurz darauf hat Nina Jaden gesagt, dass sie schwanger wurde. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und kurz darauf hat er sie, in dem Park, wo sie geheiratet haben, hat er sie dann ein Fotoshooting dafür, um zu zeigen halt, dass sie schwanger ist. Und die sind auch sehr, sehr schön geworden, die Fotos. Und kurz darauf war dann natürlich auch die Geburt. Und es ist wieder ein Junge geworden. Und er heißt Milo. Und ja, er war auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall genau das. Jedenfalls hatte sie natürlich dann trotzdem nicht den Moment, um halt Jaden zu vernachlässigen. Jaden wurde natürlich trotzdem weiterhin beigebracht. Irgendwelche mit diesen Flashkarten und so weiter. Diese Interaktion ist, by the way, einfach richtig, richtig süß. Ich finde das so schön. Und es war halt Sommer und es war sehr, sehr heiß. Und trotzdem hatten sie einfach dann die Zeit drinnen genutzt, wenn es geregnet hat. Und haben einfach weiter gelernt, wie es bei ihm so aussieht. Jedenfalls hatten sie kurz darauf ein riskantes Techtemächte. Und ja, sie wurde daraufhin wieder schwanger. Und ja, sie hat das natürlich dann Jillian erzählt ein paar Tage danach, weil sie keinen Schwangerschaftstest gemacht hat, weil sie nicht davon ausgegangen ist, dass sie direkt schwanger wird wieder. Ja, auf jeden Fall hat sie es dann gemerkt irgendwann nachts, weil sie sich einmal übergeben musste und hat es ihnen natürlich dann direkt gesagt. Am nächsten Tag kam dann halt ihr Bruder vorbei. Sie hat ja offiziell keinen Bruder, aber in dem Safe hat sie halt einen Bruder bekommen. Also Katharina Caliente und Don Lofario haben auch geheiratet. Das heißt, hier ist Katharina Lofario und die haben halt nochmal ein Kind bekommen. Gemeinsam. Und das Kind heißt North. Es ist ein Junge halt. Es ist halt ihr Bruder. Und der kam halt vorbei, weil der versteht sich auch gut mit Jaden. Und ja, jedenfalls hat er sich auch total darüber gefreut, dass sie noch ein Kind bekommen. Ja, und es ist schon wieder ein Junge geworden. Und er heißt Ivo. Und ja, Ivo ist ein sehr, sehr schöner Name. Ich wusste nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich hatte halt auch darauf gehofft, dass es ein Mädchen wird. Weil, keine Ahnung, so, die sind halt drei Jungs. Das ist halt schon viel so. Aber es ist schon okay so. Und ich habe halt einfach den Namen gerandomized. Und es kam so Ivo und ich so, das ist eigentlich schon echt cute. Und deswegen dachte ich so, ja okay, das nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und der letzte Post, den ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gepostet habe, war, wie ich halt ein Screenshot von dem neuen Haus, was ihr jetzt halt gerade seht, wie ich es baue, wie ich das halt gepostet habe. Weil, naja, sie haben jetzt drei Kinder und dafür war das andere Haus dann doch noch ein bisschen zu klein. Und ja, da haben sie jetzt halt gesagt, okay, da müssen wir halt nochmal alles Ersparte irgendwie zusammen kratzen. Und ich dachte halt, dass ich mehr erreichen würde mit dem Haus, also mit dem Budget. Aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen, dass es, hm, das ist halt ein bisschen traurig. Aber, äh, ja, ich dachte, hier wäre schon das Ende gewesen. Aber, das war es tatsächlich nicht, denn es war halt Rabatttag, als ich halt angefangen habe zu bauen. Weil ich dachte so, ja okay, eigentlich passt das schon ziemlich gut. Und wir haben halt eine Rückzahlung erhalten, wie ihr oben rechts seht. Und das heißt, mit dem Geld konnte ich dann zumindest noch ein bisschen den Raum unten, also den Eingangsbereich einrichten. Weil, es ist schon komisch, wenn das so krass leer ist. Es ist halt ein bisschen traurig, dass ich nicht so, ähm, Landscaping machen konnte draußen. Aber das Budget hat einfach nicht gepasst. Und mir war es einfach wichtiger, dass die Räume innen drin erstmal, äh, gefühlt aussehen. Und dass da halt alles Wichtige ist. Und dass wir zwei Badezimmer haben. Und dass die Kinder ein schönes Kinderzimmer haben können. Und, ja, das war mir einfach wichtiger, als dass es draußen jetzt schön aussieht. Weil sie haben jetzt zum Beispiel auch einfach keinen Grill mehr, den sie halt ja vorher hatten. Und sie haben auch nicht mehr diesen, diesen Kleinkinder-Pool. Was halt ein bisschen schade ist. Aber, ähm, Jillian verdient ja so circa 3000 Simoleons, ähm, pro Tag. Wenn er halt dann zur Arbeit geht. Und damit können sie sich das relativ schnell wahrscheinlich wieder leisten. Aber jetzt für den Moment werden sie erstmal darauf sparen, dass sie dann sich diese Luxussachen wiederholen können. Ich meine, sie haben ja dafür halt viele andere teure Sachen auch. Und Sachen, die sie auch weiterbringen in ihrem Leben. Und dafür sehen halt die Räume an sich auch einfach schön aus. Der Balkon, da steht jetzt halt auch nur dieser eine Tisch. Aber da könnte man dann ja zum Beispiel einfach den Grill hinstellen oder sowas. Und, ja, und auch einfach den Garten und so weiter. Den kann man ja dann immer noch, äh, mit Bäumen zuflastern und keine Ahnung. Ich habe die Pflanzen, die er hatte, übrigens, ähm, entfernt. Weil ich mag's nicht, wenn man zu viel Geld hat. Und ich mag's auch nicht. Ähm, also ich hab halt immer nur alles geerntet, weil ich das halt nicht verkaufen wollte. Weil das war mir einfach zu viel Geld, was man damit bekommen hat. Und ich möchte halt einfach mal auch ein Haushalt haben, wo ich wirklich ein bisschen weniger Budget habe. Und, ähm, ja, hat die Zeit dafür nicht fürs Landscaping gereicht. Aber es ist schon okay. Wie gesagt, dann holt man das einfach nach. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haus. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Typ, der, ähm, äh, den, 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 den Grundriss baut. Weil eigentlich kann ich das nicht. Punkt. Ich kann eigentlich, ähm, nur einrichten. Aber ich finde den Grund, also der Grundriss ist gar nicht mal so schlecht geworden. Und auch das Haus von außen, das ist nämlich immer so ein Problem. Ähm, es ist nicht perfekt. Und, ähm, die meisten werden auch ein schöneres Haus bauen können. Aber ich bin erst mal zufrieden auch dafür, dass es halt ein, äh, Haus war mit einem Budgetstand, ähm, von, ich, was war das? Irgendwie 80.000 Euro, 80.000 Simoleons oder so. Und, ähm, ja, ungefähr so. Dafür ist es halt ganz okay geworden. Und ich bin eigentlich, es ist nicht nur ganz okay geworden, es ist, denke ich, gut geworden. Von außen sieht es ein bisschen doof aus. Also es sieht okay aus halt. Aber, also für meine Verhältnisse gut. Aber jetzt verglichen mit den meisten Sachen aus der Galerie ist es natürlich kritisch, ne? Aber, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden zum Beispiel mit dem Schlafzimmer. Es sieht sehr, sehr gemütlich aus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden da schön wohnen. Und ich werde halt, es fehlt ja in dem einen Rahmen, in den einen Bilderaum fehlt ja noch ein Bild. Da müsste ich halt ein schönes Bild noch machen, irgendwie bei den Fotografen oder sowas. Und, ähm, ja, aber das kriegen wir ja alles hin, ne? Das lässt ja, also, da haben wir ja auch noch Zeit für. Und, äh, eventuell werde ich ja öfter mal Speedbilds dann machen von der Legacy Challenge. Ob dann halt bei der nächsten Generation oder ob sie vielleicht nochmal ein größeres Haus brauchen, weil sie plötzlich nochmal 20 Kinder kriegen. Man weiß es nicht. Aber, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!